So, ein Rechenbeispiel zur egalitären Lösung. Der Millionär Rockefeller und ein Bettler sehen auf den Straßen von New York gleichzeitig einen 1000 Dollar Schein legen. Sie kommen überein, dass es richtig sei, das Geld untereinander aufzuteilen, da der Eigentümer nicht mehr feststellbar ist. Jetzt natürlich die Frage, wie? Und die egalitäre Lösung, um die es hier geht, die verlangt, dass jeder durch seinen Anteil an den 1000 Dollar denselben Nutzenzuwachs erzielen soll. Okay, das wollen wir erstmal durchrechnen. Rockefeller und der Bettler haben die gleiche Nutzenfunktion über ihr Vermögen, nämlich U ist gleich Wurzel von X, wobei X das Vermögen ist und I steht jeweils für das Individuum. Und Rockefeller hat in seiner Ausgangssituation ein Vermögen von 900 Millionen Dollar, der Bettler ein Vermögen von 144 Dollar. So, und der gleiche Nutzenzuwachs soll auf beiden Seiten gleich sein. Um das herauszufinden, müssen wir eben folgende Gleichung aufstellen. Da steht genau das. Also der Rockefeller hat ursprünglich ein Vermögen von 900 Millionen. Die Wurzel davon ist der Nutzen, den er daraus zieht. Und die Differenz von diesem Nutzen zu dem Nutzen plus seinem Anteil an den 1000 Dollar, R steht für Rockefeller, muss gleich sein, den Nutzenzuwachs, den der Bettler hat. Der Nutzenzuwachs, den der Bettler hat, ist sein ursprünglicher Nutzen von Wurzel 144 und den Nutzen, den er mit seinem Anteil hat. Sein Anteil ist 1000 minus dem Anteil des Rockefeller plus 144 und die Wurzel daraus ist der Nutzen. Okay, das müssen Sie nicht unbedingt per Hand ausrechnen, auch nicht in der Klausur. Wenn wir das durchrechnen, ich verlinke Ihnen nach diesem Video auch noch, wie Sie das ganz einfach auf Wolfram lösen können. Wenn Sie das auflösen, kriegen Sie raus, dass der Rockefeller von den 1000 Dollar einen Anteil von 999,60 Dollar erhält. Okay, das heißt, den Bettler bleiben dann noch 40 Cent von den 1000 Dollar. Das ist auf den ersten Blick vielleicht ein überraschendes Ergebnis, kann aber leicht begründet werden. Wie Sie schon wissen, oder wie Sie wissen sollten, stellt die Wurzelfunktion eine Nutzenfunktion mit abnehmendem Grenznutzen dar. Das heißt, je größer das vorhandene Vermögen, desto geringer der Nutzenzuwachs durch zusätzliches Vermögen. Also der Rockefeller hat schon so ein so großes Vermögen, das heißt, von den 1000 Dollar braucht er auch einen viel größeren Anteil, damit sein Nutzenzuwachs dem des Bettlers entspricht, der wiederum nur einen geringen Betrag braucht, um auf eine äquivalente Nutzensteigerung zu kommen. Und wie Sie sehen, führt die egalitäre Lösung zu einer sehr ungleichen Verteilung der Verhandlungsmasse, wenn diese in Vermögenswerten nicht in Nutzenwerten gemessen wird und die Anfangsausschaltung sehr unterschiedlich ist. Der durch ungleiches Anfangsvermögen bewirkte Unterschied im Grenznutzen kann auch als Indikator für eine unterschiedliche Verhandlungsmacht interpretiert werden. In diesem Sinne hat Rockefeller hier eine größere Verhandlungsmacht, weil es ihm fast egal ist, ob eine Einigung zustande kommt oder nicht, wenn der Bettler zu großen Zugeständnissen bereit ist, weil es ihm auf jeden Cent ankommt. Und diese Interpretation lässt sich grundsätzlich durch die Erkenntnis stützen, dass die egalitäre Lösung im Fall eines konstanten Grenznutzens, also bei einer linearen Nutzenfunktion, zu einer gleichmäßigen Aufteilung des Zusatzvermögens führt. Also wenn Sie das gleiche Beispiel durchrechnen für UI ist gleich XI, dann kommen Sie darauf, dass VR ist gleich 1000 minus VR. Das kommt dann eben raus. Das kommt dann eben raus.